Wir sind hier im schönen Guadoval in Sporz. Mein Name ist Martin Biri. Heute kochen wir vom Bündner Hirsch Brücke und Pfeffer. Oh, das klingt ganz so frisch jetzt. Ganz viel Wasser dran, da können wir einfach strähen. Beim Essig nehmen wir immer gerne ein Balsam-Essig. Der hat weniger Säurekalt. Wir wollen ja nur einen feinen Essigsschmack und keine stechende Essigshürie. Das Schwierigste ist am Gericht mit dem Bündner Hirsch. Der Pfeffer. Man muss die Zeitplanung natürlich schon im Griff haben. Man muss 14 Tage vorher anfangen mit der Vorbereitung für das Gericht. Und auch, weil die Schulter jetzt nicht gerade das kochfreundlichste Fleisch ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020